Ich habe ja gesagt, das ist kinderlein. Das kann jeder, der noch nie so ein Handwerkzeug in der Hand hatte, machen. Das, wenn wir dir einen Schliff holen, ist, wir nachher mit dem Schneeköniginnenpflaster auf dich zukommen. So, hier drüben ein sehr entspannter Kandidat. Ich weiß sogar, wie heißt du noch mal? Michael, du kennst dich mit allem aus, arbeitest du auch mit dem Boden mit deinem Werkzeug? Wir haben mit dem Kältenvögelet gearbeitet. Also du kennst wieder Füße aus. Ich sehe schon. Du bist auch sehr entspannt. Hast du dir alles so hingelegt, wie du das möchtest? Geh noch mal im Kopf durch deine Arbeitsschritte, damit du wirklich so schnell wie möglich gleich die Rothenberger Profi-Challenge hinbekommst. Du kannst das Wasser auch mit nach unten nehmen. Du darfst dir alles so hinlegen, wie du willst. Genau, ganz wichtig. Für beide Kandidaten. Ihr buzzert, dann nehmen wir die Zeit und wenn ihr fertig seid, wieder buzzert. Zweimal buzzert. Am Anfang und am Ende. So, seid ihr bereit? Hast du dir alles so hingelegt, wie du das möchtest? Ja, 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 ja. Da gibt's ein Däumchen. Ready? Auf die Plätze. Fertig. Los. Vorsicht, hier fliegt ein Buzzer. Und da sieht man mal, wie schnell hier diese Kamera durch das große System durchgeht. Denk daran, am Ende kommt ein vierstelliger Zahlencode. Sobald du den hast, geht's gleich direkt nach oben an unsere Box. Hier wird der Zahlencode eingegeben. Darin befindet sich ein Pressring. Und dieser Pressring, der wird dann genutzt, um an der Endstelle der Kupferstange vier Positionen miteinander zu verbinden. Und das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Zeitlich liegen wir aktuell bei 35 Sekunden. Es kann sein, wenn jetzt nichts schiefläuft, dass wir gleich wieder eine neue Tagesmisszeit haben. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er das hier gleich macht. Hier wird richtig sauber und schnell gearbeitet. So muss das sein. Hier drüben habe ich auch schon die Verpressung gehört. Da sind wir in Position Nummer zwei. Und auf der rechten Seite sind wir so ganz schön unten angekommen. Zeigtlich sind wir bei eine Minute fünf. Wenn er jetzt nichts falsch macht, kriegen wir es noch hin. Der Passer ist wieder oben, der Passer ist oben, der Passer ist oben. 1,15. Vier Sekunden, aber trotzdem verdammt schnell. Richard, du kriegst es gut gemacht. Ich bin nicht so schnell. Ich bin gar nicht so schnell. Ich habe zwei linke Hände. Was glaubst du, warum ich moderat so geworden bin? So, hier drüben gucken wir auch noch mal ganz schnell. Was für eine Zeit haben wir? Eine Minute zwanzig. Ey, richtig gut. Dafür, dass du gesagt hast, ich habe die Geräte noch nie in der Hand gehabt. 1,20 Megazeit. Also läuft richtig gut. Ich sage ja, am Anfang der Woche hatten wir den allerersten mit vier Minuten dreißig angefangen. Da bist du sehr weit von entfernt. Jetzt kriegt ihr natürlich auch noch was. Was ganz, ganz Wichtiges. So, erstmal für dich, es gibt dir die Energiekrise. Wenn mal wieder der Heizkörper zischt und pfeift, für dich der Original Rotenberger Entlüftungsschlüssel. Halte ihn in eben. Und für Michael gibt es das Multitube von Rotenberger für dich. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Mega. Heute wird richtig krass. Ich merke schon, heute haben wir richtig schnelle Leute hier. Zwei Kandidaten hatten wir schon. Wo sind die beiden? Wo sind sie? Wer wollte die noch machen? Wo sind sie? Wo sind sie? Wie sieht es aus mit euch? Hier? Ach, da seid ihr. Ja, ihr könnt hoch. Bist du dabei? Sehr gut. Den ersten Kandidaten haben wir schon. Du darfst den Gesangtag rausholen. Du nimmst die. Ja klar, man soll auch mal, hier darf jeder. Jeder. Nicht nur Männer, auch Frauen. Eine Frau hatte auch am Montag eine Minute Elf. War auch richtig gut. Richtig gut. So, wir bauen noch mal alles zurück. Ihr dürft euch schon mal hier was ausfüllen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass sich jemand irgendwie schlug.